Den Lee Jung Tower im Angriff Ich glaube ich spiele mal Mai, also wirkliche Mai Oh, es sind ja nur Premates, 2er, 2er, 2er Ja gut, wie wir auch Ich habe keine Ahnung was dieses Icon bedeutet Wahrscheinlich war er schon gut im letzten Hat schon hart gegockt, so meinst du? Mhm Oder das ist die neue Season Anzeige jetzt Quasi Er nimmt den da Er nimmt jetzt auch einen Tank oder was Wie ich denn dann? Mh, nom, nom, nom Da Vier, drei, zwei, eins Ah, da kommt Runde eins Nehmen Sie den Ziel Ich werde eh wieder hier bald runter geschubst, weiß ich jetzt schon Ach komm schon Muss der von hinten kommen Oh, geht doch nicht alle da runter hier vom Punkt Bleib schon da Boah, hat sie mir einer gegeben Nein, komm nicht wieder hoch, bleib unten Ja, sie kommt nicht hoch Und keiner interessiert ist, dass der hinten da so ein Megatower hat oder? Hm, Megatower, ich bin, ich komme, ich komme, ich komme Schwing mal die Hofer und schnapp euch den Punkt Ach Gott Mann, weil die mich weggeschlagen hat hier Mann, ey Ich hätte gerade drei Leute drin gehabt in meiner Ulti Ah Na, ärgerlich Ja, keiner hat, ist auf den Tower gegangen von Bastion Äh, von Torbjörn Ja, jetzt, geh weiter Zu langsam braucht man sich da auch nicht, Anna Boah, Junge Ja, der Tower steht da So, der Tower steht da So, der Tower ist erstmal durch So, der ist auch durch Boah, Alter Ich bin nämlich nicht loben, aber die Ulti war ganz gut gerade Die war super Die Ulti war super Da kann man nicht meckern Nee, da war ich gerade auch selber sehr zufrieden, dass die so nicht rausrennen wollten Warum auch immer Aber was mache ich denn da Ach Gott Die andere kommt von hinten rein Das ist eure gerechte Strafe Farah spielt gut Leider Ja Ich denke, aus meinem Schussbereich hat gegangen Sie hatte ich auch nicht Die hatte ich auch noch drin gehabt Konnte nur die Ulti-Countern von Soldier Nein Den Punkt und den Punkt Oh Kommt der Bastion hinter mir Ich hab irgendwie das ge... Haben die... Ich hab die Patch Notes leider nicht komplett gelesen Ach Gott Aber ich hab keine Ahnung, ob die McFree nochmal genervt haben Kannst der leider nicht sagen McFree Der Patch Notes ja nicht so wirklich befasst Nee, der hat keine weiteren Anpassungen bekommen Vom Damage her bin ich nicht schlecht dabei Aber Damage bringt es ja nichts Damage bin ich nur Erster Ja, da bin ich Dritte Aber ansonsten Eliminations und Kills bin ich Platz 1 Eliminations bin ich nur Dritter Naja, ich bin dann überlegen, ob ich einen anderen Champion Ob ich irgendwas repick Ob ich irgendwas... Anderes Rolle Ich... also... Ich hab's ja auch kurz überlegt, aber dann dachte mir eigentlich Ist die ganz gut Ach LOL Das war gut, ey Kommt hier gleich rübergesprungen Macht ein E auf die... Auf die Brücke und Haul gleich zwei von uns runter Hast du gut gemacht, die Farah Die macht es sehr gut Ihr spielt gut mit mir im Rivalent Muss man dir lassen Ei Was hat mich denn da jetzt so hochjumpen lassen Der... ähm... Bringt sich hier Der blöde... die blöde Ratte Junkrat, der ist einfach mal krass Der geht mir so auf den Keks Der mich hier teilweise schon rausgenockt hat, ey Gebt mir Farah auf den Keks, ey Habe ich Äh, ich war dabei Boah, wovon? Also Farah ist ganz klar mein Nemesis Boah, was mir da hinterhergeflogen kommt Jetzt bin ich mit den Eliminations auf Platz 1 Also da gerade eben hatte ich einen Lauf Aber einmal so viele Projektile Deinen Junkrat, den nimmt auch keiner raus Ja, aber räuchte auch bei so'n Spielen Glückwunsch bei persönlicher Wertung, finde ich Ach komm Wie kann der mich denn da so hart weghauen? So, der blöde... Oh, meine Odi ist jetzt ganz null Ah, das haben sie gepatcht Also man kann nicht mehr warten mit dem Kuh Nein, das gibt's doch nicht Ich hab doch noch meinen Ding gedrückt, versteh ich's nicht Hey Leute Was machen die Typen eigentlich? Ich bin nicht der Einzige, der da irgendwie Mit dir raufgeschargt Ich hab's ja alle... Ich hab drei gefreezt Hab ich gerade noch gesehen Das interessiert trotzdem keinen Ne, wir haben einfach hier das schlechtere Team Die waren mega schlecht Was für ein schlechtes Team Ja, in dem Fall Kann man leider sagen, war das Team Wirklich miserabel Ach, es gibt noch eine Runde Ja, ja Ich weiß ja, wie das ausgeht Ja Die Level werden gar nicht mehr angezeigt Guck mal Ich siehst nur noch die Rahmen Ja Also gerade der in Farol ist einfach echt gut Die hat mich häufig rausgenommen Ja, der ist echt nicht schlecht Was sich der Jungle dabei gedacht hat Alle Regler auf Anschlag Ist das dein Ernst? Die kriegen immer den Punkt Aber irgendwie Bomben die Diktar durch Ach Gott Da kriegt er wieder Seinen doofen Ulti durch Zu viel zu nah dran Keine Chance Alter, was hat mich denn jetzt gerade so krass getroffen? Der Tripp da hinten Das gibt's doch auch nicht Ich Tue den einen gerade ein bisschen einfrieren Und der andere kriegt in dem Augenblick Der Tripp von Hier Nicht Symmetra Von Zaya Den Den Shield Aber wirklich Das war nebendran Also so, dass man sagt Okay, da achtet man echt nicht drauf Langsam reicht's aber auch hier, ne? Ach, jetzt hat er seine Ulti an, wo ich gerade hinscharge Also sie haben auch ein unanglaubliches Timing in den Situationen Ach Gott Ja, und unsere Zaya macht ihren Ulti, wenn gar keiner von uns in der Nähe ist Und kein Gegner War auch gerade sehr schön anzusehen Hat so gar nichts gebracht Ja, überlebt's Ja, ich hatte meine Ulti so ein bisschen noch im Raum stehend, sag ich mal Das ging wieder und dann vorbei Genau Wir haben wieder zwei Ich bin nochmal drauf gelaufen Um es irgendwas zu probieren, aber Ja Zaya Killstreak, 15 Spieler Ja, das war eine verdiente Niederlage, weil wir einfach echt ein super schlechtes Team hatten 25 Eliminations erster und Damage auch erster Ne, diesmal jetzt bin ich runtergerutscht Eliminations, drei Schaden, drei Zielfortschrittkills, eins Und das mit Support Char Ich find's witzig Ich glaube, dass es jetzt mit diesem Great Game Everyone und so weiter ist, wenn irgendjemand flamet Da wird das ersetzt Durch ne hohle Phrase Echt? Ja Das ist ganz witzig Das hat irgendwie Blizzard eingebaut Ich kann mal gucken Das wär für World of Tanks Das wär für World of Tanks super Irgendwas gab's da, dass sie es gemacht haben Oder irgendwas hab ich gelesen, dass sie es machen wollten Dass sie so Phrasen reinpacken wollten Die dann gemacht werden, wenn jemand BG schreibt Oder Too Easy oder Easy Okay Dass sie so normale Wortfilter drin haben, die du auch nicht ausstellen kannst Dass dann so ein toxisches Verhalten weggeblendet wird Ja Gut, das war's für die heutige Folge Genau Bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss